so hallo alle zusammen zur fünften ja fünften folge metal gear solid in der letzten folge sollten wir dieses kleine dorf da infiltrieren um unseren freund zu retten es wurde gerade morgen und ich habe einen angeschossen wir versuchen unser bestes so 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 Was ist das? Da kommt einer hoch. Es bleibt spannend, Kinders. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Lärm gemacht. Werden wir aber gleich sehen. Wer wie vor? Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was? Da hinten? Was ist das? 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 So. The. Brbsjwork. So. You. The. Ich glaube, ich habe ihn relativ schnell gefunden. Sieht fast so aus. Sie tun etwas zu Ihren Augen. Nein, es ist... Es ist einfach so schön. Klack, offen sind sie. So einfach geht das. Eine fucking Sonnenbrille. Ja, Mann. Du kannst die Location auf Ihren Eyedroid checken. Du siehst gut. Der A.H. hat dich ein bisschen gedreht. Nicht so schwer mehr, oder? Dem fällt er saugen, Arme. Der A.H.: Magic Words, Boss. Ich bin seit neigen Jahren, um ihn zu hören. Ich bin seit 9 Jahren, um ihn zu hören. Ich bin seitdem. Der A.H.: 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 Das ist Pequot. ... ... ... ... Wow. Achso, ich muss da hin reiten. P-Quad. Was? What the fuck? Um. Boss, whatever that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there. The chopper will be waiting. You're leaving the mission area. You're not giving up, are you? Kosh, you are about to leave the mission area. Kosh, you are about to leave the mission area. Kosh, you are about to leave. Kosh! Kosh. Kosh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay. Das war's. Das war's. Oh, das wird... Das wird noch ein Fake-Film hier. Das war's. 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 Okay, das ist mein Todesurteil. Oder seins. Je nachdem. Das war's. 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 selbst hochgebombt. Nein, ohne Hühnerhaube. Sonst scheiß mach ich nicht. Oh, Alter, wie kacke. Alter, komm schon. Ihr wollt mich. Ich weiß, dass ihr mich wollt. Ja, wir sind nicht. Marker removed. Marker removed. Marker placed. Ja, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich muss flüchten. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich gebe dir mal Tunde. Ich gebe dir mal Tunde. Leute, wenn ihr es schon mal besser gemacht habt und wisst, wie es geht, schreibt es gerne in die Kommentare. Oh Gott. Oh Gott. Lauf. Lauf, du Mistvieh. Oh. Wow. Fuck my life. Lassen sie jetzt von mir ab? Ich glaube, sie lassen von mir ab. Oh Gott. Ja. Oh, der Typ hinten auf dem Pferd tut mir so leid. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin mit! What?! Alter! Was zur Hölle war das? Ja gut, Rang B sei es ist vollkommen okay! Alter! Was zur Hölle war das? Wow! Das war ja richtig krank! Spiel ich hier ein Zombie-Game oder was? Geht aber gar nicht! Gut, danke fürs Zuschauen, das war das Spiel! Sehr gut, ich hab's durch! Geil! Nein! Zum Glück nicht! Das wär's ja noch! Wir fuhren für die Seychelles. Das ist jetzt wo ein neues Haus ist. Hey! Das war eine Operation, die wir hatten, neun Jahre vor. Wir haben unsere eigene Welt. Wir machen unser eigenes Zukunft. Und sie haben ihn weggezogen. Also ich find das jetzt nicht sehr sicher, wie er da liegt, ne? Ich werde es wieder neu sein. Wir machen ein neues Haus. Zusammen. Und wir können nach Hause kommen. Mhm. Ja, wir waren die Pferde, okay? Wir sind alle Pferde. Wir sind alle Pferde, gut. Wir sind alle Pferde, aus der Seite. Wir holen uns alle Pferde, wir können nachher was, wir können nachher was. Wir haben es. Wir haben es. Wir sehen uns? Die Pferde. Unsere neue Haus. Unsere Torene. Unsere Torene. Unsere Torene. Unsere Torene. Ah, okay. Wir haben auch nicht gehört. Ja. Ja. Pfff. Ich erinnere mich alles. Okay. Ja, Leute. So geil, wir haben ihn jetzt befreit. Aber alter Dinger fucken mich ja immer noch total ab, ne? Wie krass ist das denn mal? Die scheißen einfach mal hart drauf. Ich dachte so, ja, okay. Vielleicht kannst du sie ja mit einem Headshot ausschalten. Nein. Vielleicht kannst du sie ja mit einer Granate killen. Nein. Okay. Sagt mir nichts. Vielleicht für die Leute, die das schon mal gespielt haben. Also den Teil davor. Aber mir sagt das gerade alles gar nichts. Vielleicht ist es auch einfach ein neuer Flashback, der generell niemandem was sagt. Der es noch nicht gespielt hat. Ähm... Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Warum sind wir noch hier? Nur um zu sterben. Every night, ich kann mich fühlen, meine Arme, sogar meine Finger. Ich habe den Körper verloren, und die Freunde, die ich verloren, werden sie nicht verletzten. Sie sind alle noch da. Sie fühlen, nicht wahr? Ich bin derjenige, der mit Cypher wurde. Ein Grupp von der Nationen, sogar die USA. Und ich war die Parasite, die von Zero zu verletzten. Sie gehen nach Sie in Cyprus. Und in Afghanistan, diese Cypher einfach weiterentwickelt. Es schweizt alles in ihrem Weg. Es wird größer und größer. Wer weiß, wie groß ist jetzt? Boss, was ist das? Ich werde sie zurückgeben, unsere Vergangenheit zurückgeben. Ich werde alles, was wir verloren haben. Und ich werde nicht mehr, bis wir die Zeit. Ich werde die Mutterbass. Die Mutterbass. Die Mutterbass. Die Mutterbass. Unsere neue Mutterbass. Motherbass. Ja. War mal wieder aufregend. Tierisch aufregend. Diese Viecher gehen mir nicht aus dem Kopf, Alter. Ich hasse solche Spiele ja eigentlich, wo sowas rumläuft. Aber egal. Wir spielen weiter. Aber nicht jetzt. Wir haben schon wieder überschritten. Teils. Doch. Ihr wollt die Mutterbass sehen. Die Motherbass. Ich will sie auch sehen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Denn. Hier ist jetzt ein Schnitt. Haha. Däumchen. Wäre super. Abo auch. Ja. Nächste Folge, nächste Woche. Freut ihr euch drauf. Ich freue mich drauf. Tödelüüüü